Falls auch Sie noch nicht sicher sind und die Wahlplakate an unseren Straßenecken, also Sie bislang nicht überzeugt haben, finden Sie eine kleine Hilfe noch mit dem sogenannten Wahl-O-Maten. Da finden Sie es raus, was Sie wählen sollten. Seit 2002 kann man hier mit so ein paar Klicks checken, wo das Kreuzchen dann tatsächlich nachher hin soll und wir probieren das jetzt hier und das ist eine Weltsensation live im Studio mit unseren Spezialisten Julian Reichelt, unserem Politikchef Ralf Schuller. Das wird jetzt im Grunde die schnellste Politikdebatte Deutschlands, die wir durchführen. Ralf und Julian, ihr habt jetzt den Wahl-O-Maten beide offen. Los geht's, es sind ja insgesamt 38 Fragen, das heißt wir müssen uns wirklich bei allen freuen. Genau und interessant für unsere Zuhörer und Zuschauer, noch einmal dieser Wahl-O-Mat beinhaltet halt 38 Fragen zu den wichtigsten und dringlichsten Themen, an denen sich Parteien enorm unterscheiden. Das heißt, das was Ralf Schuller und ich versuchen werden hier abzubilden, sind eben die aus unserer Sicht wichtigsten Argumente auch zu diesen Fragen. Ja, Deutschlands schnellste Politikdebatte und wir gucken mal, wo Ralf Schuller und ich uns einig sind und wo wir uns nicht einig sind und was am Ende bei rauskommt. Ich nehme mir jetzt das Popcorn und ihr legt einfach mal los. Ich muss dazu sagen, ich mache das das allererste Mal. Als Politikberichterstatter fand ich es immer ein bisschen albern, mir irgendwie Hilfe geben zu lassen, was ich wählen soll. Also ich habe die erste Frage geöffnet, die erste von 38. Die EU soll eigene Steuern erheben dürfen? Nein, natürlich nicht. Das ist bei mir auch die gleiche Frage. Stimme ganz ausdrücklich nicht zu absolutes Horrorszenario, dass in Brüssel jetzt auch noch auf die Steuern, die wir schon haben, eigene Steuern kommen. Also die EU würde dadurch immer mehr zum eigenen Staat werden und hätte dann auch noch direkten Finanzzugriff. Das wollen auch die einzelnen Staaten nicht. Hoffe ich, dass das so bleibt. Zweite Frage ist bei mir. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Bei dir dieselbe Frage, Ralf? Das ist bei mir die gleiche Frage und ich stimme selbstverständlich zu, weil keiner wissen kann, was 2035 Stand der Technik ist und ehe ich dann den bewährten Verbrenner stehen lasse, im Vertrauen auf irgendeine nicht alltagstaugliche Technik natürlich weiterlaufen. Bei mir ist die dritte Frage, die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. Hier wird es interessant, weil das zeigt, wie fehlerbehaftet dieser Wahl-O-Mat auch sein kann. Ich persönlich bin für starke Seenotrettung durch die Marine der EU, aber dann im Sinne einer Zurückweisung. Ja, Menschen retten, aber dann nicht als Shuttle-Service nach Europa, sondern dahin zurückbringen, wo sie hergekommen sind. Das ist klassische Seenotrettung. Das ist Grenzschutz und Seenotrettung. Nun weiß ich aber gar nicht, wie das genau hier gemeint ist. Vermutlich ist es anders gemeint. Vermutlich ist das Wort Seenotrettung, aber das kann man ja nicht genau wissen, so gemeint, dass die Leute dann nach Europa gebracht werden. Und da bin ich ausdrücklich dagegen. Deswegen kann ich hier nur mutmaßen. Ich nehme mal an, es ist gemeint, Menschen mit Marine nach Europa bringen und da muss ich sagen, stimme nicht zu. Nächste Frage. Die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Da bin ich ganz dezidiert dagegen, weil dann die EU auch noch festlegt, was ökologisch ist und was nicht. Und das ist mir einfach viel zu ideologisch aufgeladen. Ich komme selbst aus dem ländlichen Raum. So wie sie heute existiert, für die Menschen noch ein überzeugendes Modell ist mit dem Bürokratismus von Brüssel. Aber aus meiner Sicht ist der Euro etwas, auch wenn die Mark wunderschön war und ich das 5-Mark-Stück geliebt habe, der Euro ist etwas Gutes an der EU. Deswegen, ich stimme nicht zu, dass der Euro wieder durch die Mark ersetzt werden soll. Die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Nein, Europa ist Vielfalt und das soll jedes Land für sich entscheiden, wenn eine Gesellschaft im Konsens ist, dass es diese beiden biologischen Geschlechter eintragen will. Im Pass hat eigentlich auch außer nachprüfbar wissenschaftlichen Dingen nichts zu suchen. Gefühle in den Pass einzutragen, da kann ich auch mein Lieblingsgericht reinschreiben. Also stimme ich nicht zu. Ich wundere mich so ein bisschen, was da alles an Fragen gestellt wird. Die Jagd von Wölfen soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Auch das ist ja eine klar, also da will man sich einfach nicht festlegen. Also das ist ja auch wieder eine total politisierte Frage. Die Jagd von Wölfen soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Kein Mensch weiß überhaupt, was genau damit gemeint ist. Wem und was stimme ich hier eigentlich zu? Und man merkt, dass dahinter so ein bisschen eine politische Erhaltung steht, dass man diese politische Forderung, Wolf schießen dürfen, einfach da nicht in dieser Klarheit reinschreiben möchte, oder? Und was mache ich jetzt? Also ich bin dafür, dass er auf den Wolf grundsätzlich geschossen werden darf, wenn er zum Beispiel Kinder gefährdet und in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. Also ich überspringe hier, weil für mich, ich kann nicht das ausdrücken, was ich ausdrücken möchte, nämlich, dass man auf den Wolf schießen darf, wenn er zu einer Gefährdung für den ländlichen rauskommt. Kurz nochmal zwei Kommentare, die reingekommen sind und dann die Bitte, euch ein bisschen kürzer zu fassen. So toll wie ihr auch seid, wir müssen da durchkommen irgendwie. Prima Ballerina schreibt zum Beispiel, ich finde den Wahl-O-Mat schlecht, die Fragen sind schlecht gestellt, man muss sich die Parteien anwählen und schauen, mit wem man gut zusammenpasst. Und Achim K. schreibt, ich will Schule als Bundespräsident. Ich auch, ich auch, schließe ich mich an. Sind wir dabei. Was ist denn die nächste Frage? Ich kaufe schon mal Möbel fürs Bellevue. Beim Bau einer neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. Das ist mir einfach zu eng gedacht, wo es sinnvoll ist und die Leute einen materiellen Nutzen davon haben, werden sie das von selbst tun. Und wo beispielsweise Denkmalschutz oder anderes dagegen spricht, da lässt man es einfach. Also hören wir doch auf, alles zu reglementieren. Das Erasmus-Plus-Stipendium für Auslandsaufenthalte soll für Studierende, für Studenten würde ich sagen, die über weniger Finanzmittel verfügen, höher sein. Also mein Sohn hat davon profitiert, aber wir haben jetzt keine finanziellen Mangelerscheinungen. Die EU gibt genug Geld aus, die EU gibt immer nur das Geld aus, was wir verdienen, bin ich klar dagegen. Das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Aber tut es das? Das weiterhin ist doch eigentlich Irreführung. Ja und die Befürworter des Europäischen Parlaments sind dann ganz schnell hinter der Fichte, wenn sich herausstellen sollte, dass die falschen Mehrheiten dort regieren. Mal abgesehen davon braucht es ein Parlament in einem europäischen Bundesstaat. Da es jetzt aber ein Staatenbund ist, würde mir der Europäische Rat reichen. Also ich stimme nicht zu. Ja Ralf und Julian klicken sich nochmal ganz kurz durch, durch den Wahl-O-Maten und jetzt müsste gleich das Ergebnis kommen. Und dann kommen wir noch zu unserer Verlosung, die haben wir ja auch noch. Wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit. Also ich kann das Ergebnis für mich verkünden. Bei mir ist auf Platz 1 Bündnis Deutschland. Ich glaube, mit dem muss ich mich dann mal beschäftigen. Habe ich bisher noch nicht. Das seit 2022 bestehende Bündnis Deutschland gilt als rechtskonservativ und wirtschaftsliberal. Die Partei setzt unter anderem auf individuelle Leistung, Eigenverantwortung und die Stärkung des ländlichen Raums. Durch einen Parteiübertritt ist sie mit einem Abgeordneten im Europäischen Parlament vertreten. 78,2 Prozent und ganz entscheidend bei mir, wer ist auf dem letzten Platz gelandet? Die Grünen bei mir mit. Aber immer noch 24,4 Prozent. Ich weiß nicht, wo ich 24 Prozent Übereinstimmung mit den Grünen bin. Wundert mich auch ein bisschen. Ralf, dein Ergebnis ist auch ganz schnell gekommen. So Freunde, ja. Ich als alter Ökologe, Aktion Partei für Tierschutz. 72,5 Prozent. Die 2017 bestehende Tierschutz hier fordert im Rahmen der Tierschutz und Umweltschutzes, wie ich das gerechtfertigt habe, ist mir ein Rätsel, wie man auf sowas kommt. Platz zwei ist Bündnis C, Platz drei ist Julians Bündnis für Deutschland. Wer ist bei dir der Letzte? Ich gucke mal, das sind ja sehr viele. Mera 25, was immer das sein mag. Aber die Grünen mit 30 Prozent sind auf dem vorletzten Platz allerdings auch 30 Prozent. Also dass Schuler ein 30 Prozent Grüner ist, das hätte ich vorher wissen müssen. Das hätte mir jemand sagen müssen. Ja, ich verberg das in der Regel. Aber DKP und sowas kommt auch noch vor. Das muss ein Missverständnis sein im LPD. Okay, vielleicht werten wir das Ergebnis an anderer Stelle nochmal aus. Ich glaube, da können wir nochmal eine Stunde theoretisch drüber reden. Aber hochspannend, ja. Wir müssen uns mit diesem Valomat nochmal beschäftigen. Machen wir. Weil ich habe das Gefühl, einige Fragen da sind schon arg suggestiv gestellt. Ich will den Wolf abschießen und bin Tierschützer. Das finde ich toll. Vielleicht machen wir das dann in der kommenden Woche. Das war sie, die schnellste Politikdebatte Deutschlands. Ralf Schuler, unser Politikchef, Julian Reichelt. Das lebe der Tierschutz. Können den Valomat natürlich auch gerne mal ausprobieren. Das war sie, das war sie, das war sie, das war sie. Das war sie, das war sie, das war sie. Vielen Dank.